Schönen guten Abend. Ich sehe jetzt gar nicht bei dem Licht, wer alles da ist. Wo sehe ich das denn manchmal? Ich habe mir hier so eine Lampe gemacht, damit ihr ein bisschen was erkennt. Doch jetzt da oben sehe ich es. Kommen Sie rein, kommen Sie rein, die Herrschaften. Ich habe mir meine Gläschen schon zurechtgestellt. Heute machen wir ja einen Mädelsabend. Und ich freue mich riesig auf die liebe Miriam, die genauso wie ich eben kurz vor Migräne war. Und dann haben wir doch die Kurve gekriegt. Wir haben hin und her geschrieben. Und weil ich mir ja ein paar Schminktipps nebenbei noch hole, habe ich mich abgeschminkt. Um das Ganze ein bisschen abzulenken, habe ich mir die neu erworbene Krone meiner Tochter aufgesetzt. Oh, Mira ist auch dabei. Mira, wir sehen uns morgen Abend, meine Liebe. Wir haben morgen Abend ein Date. Und da kommt Miriam auch schon. Ja, lass mal. Ich hoffe, die Krone lenkt sie ein bisschen ab von dem Fett und den Augenrändern. Ah ja. Miriam wird es richten. Huhu! Hello! Schönen guten Abend. Miriam! Ich mache hier schon die ganze Zeit Beauty-Session, weil ich sonst kurz vorm Eingeschlafen gewesen wäre. Du, ich habe ja gerade gepennt. Ich habe es dir eben geschrieben. Ich konnte nie mehr aufstehen. Ja? Doch, ich mache das total gerne bei der Einschlafbegleitung. Das ist immer so eine Viertelstunde. Ich habe meinem Sohn dann gesagt, pass auf, wenn ich um Viertel nach acht noch hinten bin bei der Kleinen, komm bitte und hol mich. Sonst verschlafe ich es. Weil als du mir geschrieben hast, dass es dein Kopf Probleme macht, dachte ich auch so. Ich kann nicht so gucken dann. Da dachte ich auch so, irgendwas ist komisch. Ich glaube, das ist echt dieser Wetterumschwung. Ja. Es hatten auch zwei in meinem Team, hatten auch mega Kopfschmerzen. Wahrscheinlich ist das das. Ja. Und du hast hier ein Glas irgendwas Schönes? Ja. Naja. Vorbildmäßig habe ich meinem Sohn gerade gemeint, er braucht was zu essen. Sag ich, ich brauche Alkohol jetzt. Ich darf ja kein Alkohol mehr deswegen. Ich weiß, ja. Ist das jetzt gemein, wenn ich dir vortrinke? Das ist gerade ziemlich langweilig mit meinem ganzen Essen und Trinken und so weiter. Gut. Aber weißt du, was da für mein Sohn mir gerade gesagt hat? Und das war das geilste Kompliment ever. Ja. Ich hatte ja so dolle Kopfschmerzen und mein Mann kam nach Hause und ich stand da und dachte, ich bin so fertig. Ja. Und dann haben wir uns alle in den Arm genommen zusammen. und Noam hat uns so umgriffen an den Bäuchern und sagte, ich habe die knackigsten Eltern auf Erden. Geil, oder? Den hätte ich auch gern zu Hause. Da habe ich interessant nicht gesagt, ja, das Kompliment, das lassen wir jetzt stehen. Das finde ich super. Also tatsächlich, seitdem ich keinen Zucker, kein Alkohol, kein gar nichts mehr, bin ich jetzt halt für meinen Sohn knackig. Natürlich. Aber es ist auch mal ganz süß, weil er bietet mir immer seine Süßigkeiten an. Ja. Und dann immer so, ah, nee, das darfst du ja nicht. Und ich habe wirklich immer so gerne mit ihm Süßigkeiten zusammen gegessen. So nach der vorhin, der Chris Pinguin und ich mit meinen Kopfschmerzen. Also ich hätte so gerne eine ganze Schaffel Kinder Pinguin gegessen. Und das geht dann nicht. Und dann, ach, das ist immer so süß. Dann so, ah, nee, das darfst du ja nicht. Mensch, dann bist du ja knallhart. Ich meine, du hast ja auch echt Probleme mit deiner Gesundheit. Ich glaube, dann bist du ja auch einfach knallhart jetzt. Ja. Ja. Also tatsächlich, wenn es einmal so schlecht geht, also für alle, die hier zuschauen, ich hatte unfassbar schlimmen Juckreiz am ganzen Körper. Ja. Falls irgendjemand mal sowas hat und wirklich nicht, also ich habe ein Jahr, bin ich von Arzt zu Arzt und habe wirklich eine Lösung gefunden, versucht zu finden und habe sie nicht gefunden. Und dann bin ich tatsächlich über TAF, über ProSieben auf die Juckreizambulanz in Münster aufmerksam geworden. Echt? Guck mal. Tatsächlich. Ich lag mal wieder nachts wach und es hat alles gejuckt und ich dachte, das gibt es überhaupt nicht. Ich habe mir wirklich gedacht, ich spinne. Und dann haben die ja jetzt rausgefunden, dass ich halt eben ganz starke Unverträglichkeiten habe. Und das Essen, also dann auch so dieses Frustessen, weil ich nachts nicht mehr schlafen konnte, hat es eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Wobei du ja schon mal, du warst doch schon mal bei irgendjemandem, der auch so Tests gemacht hat mit uns. Ja, ja. Ja. Aber da kam es halt nicht so raus, wie jetzt da in der Klinik in Münster. Also wirklich, wenn jemand Beschwerden hat, die Klinik in Münster, die hat mir so krass geholfen. Ja. Ach Mensch, das ist ja so eine Befreiung. Ja. Und dann, ja klar, dann ziehst du es natürlich jetzt auch durch. Ist das jetzt blöd, wenn ich dir jetzt hier was vortrinke? Ich würde solidarisch auch mal Wasser trinken. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ich trinke ja nie Alkohol. Ich habe ja auch vorher fast keinen Alkohol. Ach so, ja. Ich trinke ja sehr gerne mal Alkohol. Ja. Also ich habe es noch nie vertragen, deswegen habe ich es automatisch auch nie getrunken. Ach so, ja. Aber ich bin auch ohne Alkohol lustig. Ja, natürlich. Ich trinke das jetzt auch nicht, damit ich hier lustig bin. Damit du lustig bist, weil sonst bist du nämlich total pessimistisch und schlecht drauf. Du hast dich ja solidarisch auch mit abgeschminkt. Ja, ich habe eben so viel getestet. Wir entwickeln ja bei Jack's Peachy Line gerade eigene Make-Up-Produkte. Mega, ich bin so gespannt. Und ich habe hier einfach mal aus dem Make-Up-Labor solche Paletten. Und das sind alles, das ist das gleiche Make-Up, aber immer mit verschiedenen Inhaltsstoffen. Und das teste ich gerade alles durch. Und deswegen schminke ich mich momentan sowieso dreimal am Tag ab. Ich finde ja abschminken, nur mal für alle, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir reden. Wir machen heute eine Mischung. Wir machen einen bunten Ladies Mama Talk über Selfcare Beauty. Und ich habe hier noch eine Riesenliste an Beschimpfungen, die Mutter sich gegenseitig... Ich habe einen neuen Begriff gefunden, Miri. Ich bin gespannt, ob du den kennst. Machen wir später. Auf jeden Fall fangen wir erstmal damit an, wo du das gerade sagst mit verschiedenen Zusatzstoffen. Ich habe ja letztes Jahr, wir beide arbeiten ja, glaube ich, für die Außenwelt sehr viel empfunden. Ich will das nicht bewerten. Wir arbeiten auch viel. Wir arbeiten beide sehr gerne, wenn ich das für dich mitsagen darf. Ja. Und gleichzeitig sind wir Mütter und unsere Kinder sehen uns auch. Also wir versuchen immer den Mittelweg zu finden. Genau. Und dann habe ich ja letztes Jahr zum ersten Mal meinen Kurs gelauncht, wo dann auch der Lockdown kam. Also der Kurs war geplant ohne Lockdown. Und so ein Launch, muss ich dir ja nicht erzählen, ist ja im Hintergrund, was da abläuft, ist ja der Wahnsinn. Und dann kam der Lockdown noch da oben drauf. Und dann hatte ich ja auf einmal, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich sah aus wie verbrannt. Und das war so eine periore Dermatitis. Und seitdem, ich bin ja auch vom Fernsehen Moderatorin, das heißt, ich werde regelmäßig fett zugekleistet. Das ging natürlich alles nicht mehr. Und dann schminke ich mich jetzt nur noch mit einer getönten Tagescreme, weil ich so eine Angst habe, dass das wiederkommt. Mari, lass ich für dich machen. Dankeschön. Das ist nett, dass Jacks Beauty Line sich um mich kümmert. Machen wir. Für alle unsere Follower entwickeln wir eine Ecke. Also schreibt Miriam einfach, was ihr braucht. Was ihr braucht. Also wenn ihr wirklich anspruchsvolle Haut habt und sagt, hey, ich will mega glow, ich will super ebenmäßig aussehen, ich möchte beste Inhaltsstoffe und so weiter. Ja, ihr könnt mich über Jacks Beauty Line kontaktieren und das entwickeln wir dann für euch. Wunderbar. Dann sind wir alle bei dir in guten Händen. Wo du es gerade gesagt hast. Obwohl ich ja beim Fernsehen bin und ich mich regelmäßig schminken lasse, habe ich wenig Ahnung. Also für die Reportadresse schminke ich mich tatsächlich selber. Da habe ich so ein 0815, wie ich das halt immer mache. Ich finde ja dieses Superglow, weil mich viele gefragt haben, wie ich das immer schaffe, so strahlend auszusehen. Ich meine, ich mache halt jeden Morgen dasselbe. Außer, dass ich ja auf roten Lippenstift stehe. Das ist immer mein Geheimtrick. Heute ist die Ablenkung die Krone. Normalerweise sind es die roten Lippen. Fände ich, glaube ich, gut, wenn wir sowas machen, so ein bisschen mit Glow, dass wir so frisch aussehen wollen. Weil ich weiß, du machst das nämlich auch sehr gerne. Ich liebe es. Dann fange ich jetzt mal an mit meiner, wie heißt das, getönten Tages. Was hast du denn da im Moment? Weil das interessiert ja immer am meisten, was du dann gerade machst. Warte mal, mein Sohn Günther. Wir sind hier im Mädels-Talk, das ist nichts für dich. Ja. Wir schminken uns jetzt. Ja. Was haben wir gesagt? Ein super glossy Glow. Einfach Glow. Wir kümmern uns um Glow und wir quatschen dabei über alles. Ja, alles so. Was hast du gesagt? Wöse Schimpfwörter gegen Mütter? Ja, genau. Genau. Also, wir schwanken, holt euch lieber Alkohol. Ja, genau. Das war jetzt, mein Sohn ist ja schon 13. Günther? Günther, ja. Also, das ist sein Spitzname hier bei Instagram. Also, ich habe diese hier. Das hat mir die Haut. Was per se? Ja, genau. Und damit geht's. Und ich habe von dir gelernt, meine Liebe, weil ich habe mir ja bei dir irgendwann mal diese geilen Pinseln abgeholt. Genau. Das sind die schönen Pinsel von Miriam. Warte mal so. Also, Moment. Ich übe das nochmal. Du hast echt noch so alte Kamellen. Was? Nein, die sind wunderschön. Die sind wunderschön, ja. Aber du brauchst definitiv auch nochmal ein paar neue. Also, tatsächlich haben Kathi und ich uns in meinem Laden damals kennengelernt. Du warst nämlich bei uns Kundin. Ich habe Jacks Beauty Department gehabt. Wir haben internationale Marken verkauft. Und du hast unsere Pinsel geschockt wie eine Bekloppte. Ich kann mich so bildlich daran erinnern, wie du immer oben an diesem Kubus standst, wo dann immer die ganzen Pinsel drauf standen. Und du warst relativ häufig da und hast dir immer mal wieder einen neuen Pinsel geschockt. Hupst du? Ja, du. Bei dir ist ja auch alles ganz ordentlich dekoriert und schön. Bei mir ist alles immer ein bisschen wild und bunt. Wir haben ja übrigens jetzt auch ganz schwarze Pinsel für jemanden, der gar nicht bunt mag. Also, das gibt es jetzt auch. Mach es einfach. So, und jetzt habe ich bei dir gelernt. Ja. Ich habe nämlich immer mit den Händen geschminkt. Ich zeige euch jetzt, was ich mache morgens. Aber nicht mit den Händen. Nein. Dann muss ich weg gucken. Warte. Nein, ich zeige jetzt, wie ich es über dir gelernt habe. Okay. Was auch total schön ist, weil das sich so schön anfühlt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Warte mal. Jetzt mache ich mir das mit dem Pinsel. Ich weiß nicht, welche Nummer das ist. Das musst du sagen. Das ist Pinsel Nummer 12, den du jetzt benutzt gerade. Ja. Der ist so schön weich. Das ist immer schon mein Morgenstreichel. Meine Tochter macht ja übrigens immer mit. Aber die Pinsel darf sie nicht haben. Das ist meine. So. Ich sehe gar nichts. Guck mal in den Spiegel. Also tatsächlich den Pinsel, den Kati. Oh Gott, oh Gott. Die Erdanziehungskraft hier in Köpenick. Die ist so stark. Das war zu wenig. Ich muss abends ein bisschen mehr drauf machen. Warte mal. Ja. Man sieht ja auch vor der Kamera. Die Kamera schluckt ja so viel, Kati. Deswegen kannst du ruhig. Immer druch. Immer druch. Komm. Immer weniger ist mehr. Und vor allem das, was Kati macht. Das ist nämlich das Geile mit dem Pinsel. Also ihr könnt alternativ auch so einen etwas kleineren benutzen, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht so großflächig aufhangen. Aber das Geile ist ja das, was Kati gerade macht. Das ist halt eben so ein schneller Glow Fresh Up. Also das ist wirklich, wenn ihr sagt, ihr habt immer streifiges Make-up und es sieht immer fleckig aus und ihr wisst nicht mehr, was ihr machen soll, weil das Make-up sieht immer scheiße aus. Dann wirklich probiert das mal mit so Make-up-Pinsel. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wirklich. Und tatsächlich. Kann ich bestätigen. Warte, kann ich bestätigen, weil ich ja bis ich bei dir war und du mir das gesagt hast, immer mit den Händen gemacht habe. Auch das cremige Make-up. Und du verbrauchst so viel mehr Produkte. Ja. Und das ist einfach viel schöner. Ja. So. Warte mal. Jetzt, mein Glas ist schon leer. Ich brauche jemanden, der mir nachdenkt. Jetzt mache ich Puder drauf. Ich weiß gar nicht, ob das in Ordnung ist. Du nimmst gar keinen Concealer? Nein. Oh krass. Brauche ich Concealer? Nee, nee. Du brauchst keinen Concealer. Wo bräuchte ich denn? Wo bräuchte man denn Concealer? Also Concealer würde ich jetzt zum Beispiel, also ich habe immer hier so richtig dunkle Schatten und da würde ich jetzt zum Beispiel den Concealer hier auftragen und dann so mit dem Pinsel verteilen, weil das ist ja auch die häufigst gefragte Frage, warum setzt sich der Concealer immer ab? Warum sieht man denn immer so fettig aus, wenn man Concealer aufträgt? Ja, deswegen mache ich das auch nicht. Ja. Wenn man das aber, wenn man das halt mit dem Pinsel ordentlich verstreicht, dann sieht das echt schon ganz gut aus. Also es lässt einen auf jeden Fall wesentlich besser aussehen. Okay. Ich habe hier so eine Creme. Ist das sowas? Guck mal, die ist noch ganz... Ja, ja, genau. Das ist sowas. Aber Kathi, ganz ehrlich, ich bin ja ein Fan von weniger ist mehr. Okay, komm. Das ist, wenn du kein Concealer, ich möchte dir hier keine Produkte aufquatschen, aber vielleicht guckt jetzt jemand zu und sagt so, boah, wie kann die Kathi nur ohne Concealer? Ja, ich bin niemals ohne Concealer. Das geht gar nicht. Das geht mir zumindest so. Ja. Und ich mache halt den Concealer immer nur so aufgestellt. Was machst du denn da die ganze Zeit? Ich mache das alles nicht. Ich will das auch machen. Was ist das? Naja, ich benutze jetzt die kleinere Variante davon. Also du hast den großen Zwölferpinsel genommen und ich nehme den etwas kleineren Elfer. Ich weiß nicht, ob du den hast. Den habe ich nicht. Ja, und mit dem kann ich nämlich dann perfekt auch so einzelne Stellen nur. Also ich will jetzt nicht mehr das ganze Gesicht schwingen. Ich gehe ja gleich schlafen. Also ich muss ja jetzt nicht mehr so viel machen. Doch, ich habe den Elfer. Ja. Der Elfer. Ich liebe den. Den kann ich dafür nehmen, ja? Ja. Total geil. Guck mal, Leute. Das ist ja der Wahnsinn. Kannst du wirklich so einzelne Stellen nur machen. Guck mal, Sandy schreibt auch ohne Concealer ohne mich. Sandy, da ist natürlich wichtig, dass du den auch so aufträgst, dass du nicht nach zwei Stunden total ausgetrocknet aussiehst. Genau. Und da ist nämlich jetzt zum Beispiel das Ding, ich habe ja auch eben noch einen Pickel ausgequetscht, ne? Also ich meine, weißt du, was denken wir Frauen eigentlich, ne? So kurz bevor man so live geht, vor 300 Leuten so, uh, uh, geht gar nicht. Also okay, ich habe ihn jetzt eben schon ein bisschen abgedeckt, aber man sollte sowieso gar niemals quetschen. Ja, pass mal auf, jetzt fragt ihr gerade, ich finde das wirklich interessant, Leute, weil wir werden auf jeden Fall noch über das Mama-Bashing sprechen und ich finde das ganz so spannend. Ich frage gerade, ich habe, glaube ich, verpasst, wie man diesen Glow hinbekommt. Wir haben ja noch kein Glow gemacht. Wir haben einfach nur die getönte Tagescreme drauf gemacht. Ja, also ich habe jetzt vorher... Und Mirja macht die ganze Zeit irgendwas mit dem Pinsel, das sieht einfach immer so schön, ich will das auch machen. Aber, Kati, ich mache nichts. Guck mal, ich benutze hier gerade, ich teste hier gerade mich durch diese Make-ups, ne? Und alles, was ich mache, ist, dass ich mit dem Finger da reingehe, dann hier was auf die Haut mache und das leicht mit dem Finger verteile. Also ich mache jetzt kein Glow. Ist das geil? Jetzt schreibt sie einfach so ein bisschen Oberflächlichkeit, hier tut super gut. Ja, äh, ich finde das gar nicht so oberflächlich, weil ich mache das jeden Morgen, weil, und deswegen habe ich ja auch gesagt, zwischen Selfcare und Helikoptermama. Ich habe ja überlegt, welche Begriffe ich nehme, weil ich weiß, dass einige... Ich kriege ja Nachrichten, ich bräuchte, warum ich mir Lippen, warum ich rote Lippen trage, warum ich rote Nägel habe, warum ich Make-up trage. Ähm, das würde vom Thema ablenken und so weiter. Also ich meine, das bin ja ich. Und jeder kann das doch machen, wie er möchte. Und ich... Aber voll, ich kann auch ohne. Und ich mache das einfach gerne, weil das bei mir was mit Pflege auch zu tun hat. Ich gehe auch... Es gibt auch Tage, Wochen, wo ich ungeschminkt draußen rumrenne. Ja, klar. Ich auch. Aber schminken ist doch geil, das macht doch voll Spaß. Naja, manche mögen das gar nicht. Ich finde nur, das ist ja auch in Ordnung. Total. Ähm, ich finde das auch völlig in Ordnung. Nur, ähm, äh, jeder kann ja machen, was er möchte. Und ich finde das gar nicht oberflächlich, weil ich möchte es gar nicht bewerten. So, jetzt sieht das jetzt auch so professionell aus wie bei dir. Ja, das sieht alles super professionell aus. Ich glaube, warum manche denken, was macht ihr denn da? Der Glow. Der Glow ist, den habe ich unten drunter aufgetragen. Ich liebe ja hier von Daniela, ne? Die Produkte von Voyennex. Ja. Und ich habe mir einfach vorher, weil ich ein Peeling gemacht habe, meine Haut ist dann so trocken, habe ich mir einfach dieses Blended-Cream-Mask vorher aufgetragen. Und das macht dann die Haut so glänzend. Also für alle, die nämlich so ein trockenes Make-up haben, die können einfach vorher ein bisschen Öl oder... Deine Schwester ist gut dabei. Hallo Rose, deine Schwester ist gut dabei. Meine Schwester ist gut dabei. Hallo Rose. Ja, sie ist auch dabei, habe ich gesehen. Und Jenny hat gerade geschrieben, Jenny kenne ich mich auch, sie liebt meine roten Lippen. So, jetzt mache ich, pass auf, jetzt würde ich Puder drauf machen. Ja, ich auch. Ich auch. Okay. Das mache ich mit dem Riesenpinsel. Das kannst du machen mit welchem Pinsel auch immer. Ach so. Du kannst dir merken, je weicher und fluffiger der Pinsel ist, umso softer ist das Ergebnis. Also wenn du so einen Pinsel dafür zu nehmen, dann hast du so richtige Puderschichten. Ich nehme jetzt zum Beispiel hier aus mal aus dieser Black Edition, die wir jetzt auch gerade noch irgendwie lustigerweise bei uns auf Stock haben. Ja, ja. Ihr habt ja sonst nichts zu tun. Nö, wir haben... Ja, und vor allem, ich habe ja auch sonst keine Pinsel hier. Ne, genau. Nehme ich einfach mal den hier und Puder so ein bisschen ab. Und was ich nämlich... Miriam sieht das immer so toll aus, wenn du das machst. Gute das auch. Das sieht doch bei dir auch so toll aus. Ja, ne. Hallo, Kathi. Meine Ausbildung hat 30.000 Euro gekostet. Das wäre schrecklich, wenn das jetzt nicht gut aussehen würde. Ich weiß. Trotzdem. Ist das etwa dein Job oder was? Das ist mein Job. Ach so, viele wissen das wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht gar nicht. Das stimmt. Ich habe mich niemals vorgestellt. Das haben wir einfach nicht gemacht. Das ist übrigens Miriam... Geil, ich bin einfach direkt rein. Ich bin übrigens Miriam Jaks. Hallo, ihr Lieben. Ich bin Make-Up Artist und Hairstylistin. Und ich bin die Inhaberin von Jacks Beauty Line, von diesen Make-Up-Pinseln, die wir gerade benutzen. Also... Und übrigens war Miriam bei mir schon im Podcast zu Gast, weil Miriam ist ja auch Mama. Und wir haben über das schlechte Gewissen bei Müttern geredet. Miriam, kannst du kurz mal anziehen, was jetzt kommt nach dem Puder, weil ich hole mir noch kurz was zu trinken. Halt! Du machst schon was. Was machst du da? Siehst du? Siehst du? Das ist nämlich... Moment, ich brauche was zu trinken. Okay. Nee, nee, nee. Geh du dir mal in Ruhe holen. Das ist eh ein Thema, das kannst du. Und vielleicht wissen das manche nicht, dass man... Also das ist nämlich tatsächlich, habe ich auch in den letzten Tagen wieder extrem viel... Ich gehe ja immer live mit vielen anderen Frauen, die jetzt nicht wie Kathi jeden Tag vor der Kamera stehen und sich professionell schminken können, sondern ich gehe ja auch mit ganz vielen Müttern und Businessfrauen und einfach tollen Menschen online. Ach wie? Ich bin nicht toll oder was? Na klar, aber du kannst dich ja sehr gut schminken und ich gehe halt mit vielen Laien online, die sich noch gar nicht schminken. Also nimmst du mir jetzt nicht übel, dass ich das jetzt so gesagt habe. Ach Quatsch! Und wirklich, das meiste, was ich erlebe, ist, dass sie immer falsch den Bronzer setzen oder dieses Contour. Ja, nur du sagst jetzt, ich kann das, das stimmt nicht, ich weiß nämlich gar nicht, was ich tue. Pass auf, ich nehme jetzt den Bronzer, dafür nehme ich diesen schrägen Pinsel, ist das richtig? Ja. Vielen Dank, dass ich das jedes Mal überlege, weil du mir mal gesagt hast, der ist fürs Rouge. Und dann denke ich immer, wenn ich den jetzt für einen Bronzer benutze, kann ich das Rouge nicht machen. Nein, 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 nein. Das ist doch noch geil an den Pinseln, die sind das alles veganer. Da kannst du alle fünf Produkte hintereinander benutzen und brauchst den nie zwischendurch auswaschen. So, sie wollte jetzt wissen, wie viel Pinselfrau haben sollte, darf. So, warte, ich mache jetzt von oben, das hast du mir auch einmal schon mal erklärt, von den... Hier hinten, wo diese Härchen anfangen. Ja, wie Corona-Matte jetzt hier. Ja, genau. Und von hinten ansetzen, nach vorn hin auftragen und auf keinen Fall zu weit runter. Das ist nämlich der Fehler, den die meisten machen, dass man sich dann so runder aussehen lässt, indem man den Bronzer oder das Rouge so weit nach unten aufträgt. Also, ertastet am besten eure Wangenknochen und da auftragen, wo die Wangenknochen sitzen. Ja, bis denn hier vorne zum Rouge, hier kommt doch das Rouge hin. Ja, bis hier vorne rüber. Also, deswegen auch hier bitte nicht so absacken, weil sonst lasst ihr euer Gesicht so sinken. Siehst du das schon? Also, du hast ein deutlich schlechteres Licht als ich, ne? Ach, Quatsch, das kann gar nicht sein. Ich habe mir doch extra so eine Lampe mitgebracht aus dem Büro. Kannst du mal meine Bewegung sehen? Ja, du machst das Goldrichter. Ich hätte von links was gesagt. Leute, ich haue mich weg, ernsthaft jetzt. Miriam, uns gucken übrigens einige Leute zu. Es wäre, als wenn wir privat sitzen würden und du mir ein paar Tipps gibst. Das ist der Wahnsinn. Vor allem bei dir sieht das so, ja? Ihr wolltet wissen, was ich morgens mache. Das ist das, was ich morgens mache. Sieht genau so aus. Bei mir sieht das auch genau so aus. So, und jetzt habe ich gelernt, hier kommt noch ein bisschen was hin, richtig? Nur, wenn du eine hohe Stirn hast. Du hast eine relativ normale Stirn. Du kannst das machen. Wenn jemand eine sehr flache Stirn hat, würde ich hier auf keinen Fall noch was dunkler machen. Aha. Aber du trägst doch deine Haare voll. Ja, ja, ist doch egal. Viel hilft viel. Ja, okay. Also, wenn ich jetzt meine Haare nach hinten trage, ich habe ja normalerweise auch nicht so kurze, wie ich aufsehe. Ja, schau mal bitte. Das ist so krass. Ich habe so eine Corona-Mene. Ich bin Rapunzel. Das ist echt so crazy. Wann hast du deinen nächsten Termin? Am 8. Ich habe am 2. schon. Boah. Ich bin neidisch. Ich weiß. Nee, ich habe erst am 8. Und die Kathi macht extra für mich am Montag eine Session, weil ich es einfach sonst nicht länger ausgehalten habe. So total verpassten Termine auszumachen. Pass auf. Mach ich jetzt hier noch ein bisschen? Ja, wenn du magst. Wenn man sich einen Doppelkinn wegschminken möchte, kann man auch hier unten drunter lang gehen. Okay. Dann ist das, wenn man es so hat und einmal so rüber geht und dann sieht es so aus. Und dann mache ich es noch hier drauf? Nee. Nein. Auf keinen Fall. Doch nicht auf den Nasenrücken. Da wollen wir hell. Hier. Da willst du. Schön dunkel. Die Seiten. Wo ist denn da der Unterschied jetzt? Ja, also wenn du oben drüber gehst, dann schminkst du dir deine Nase weg. Ach so. Pass auf. Ich habe ja so einen Zinken. Deswegen habe ich das wahrscheinlich immer gemacht. Also. Ein Zinken. Du. Mhm. Ich zeig dir mal gleich einen Zinken. Was ein Zinken ist. Also pass auf. Wenn du alles, was du im Gesicht dunkel machst, tritt optisch nach hinten. Hast du Kunst in der Schule gehabt? Mein Mann ist Künstler. Kunst. Nein. Ja, ich habe natürlich Kunst gehabt. Aber. Also tatsächlich. Lassen wir das. Genau. Wenn du. Also. Du siehst das jetzt schön bei mir. Je dunkler du die Seiten machst, umso schmaler wird das Näschen. Und wenn du nämlich zum Beispiel vorne noch drüber gehst, dann wird sie auch noch kürzer. Ist das dein Ernst? Warte. Da muss ich ganz viel nehmen. Nein, Kathi. Du hast eine ganz kleine, süße Nase. Mach das bloß nicht. Mach das bloß nicht. Wirklich nicht. Also. Kleine Nase. Du bist ja süß. Ja klar. Schenk mir jetzt die Nase weg. Guck mal die schöne Nase von Kathi an. Ne. Aber tatsächlich. Wenn man jetzt möchte, kann man sich halt so ein bisschen die Nase konturieren. Okay. Und sich so ein Heidi Klum näht. Ich brauche definitiv professionelles Licht. Das geht ja gar nicht. Auch beim Schminken. Wenn du wüsstest, in meinem Badezimmer, bei was für einem Licht ich mich schminke. Also. Ich kann dir diese Lampen, die ich hier habe, mega empfehlen. Die hat mein Mann mir bestellt. Die kosten ein bisschen was. Ja. Aber sie sind wirklich Gold wert. Weil die kannst du auch für deine Videocalls und Videoaufnahmen benutzen. Von Envato. Das sind so Gamer Lampen. Moment. Ach. Gamer Lampen. Envato. Envato heißen die. Ja. Kosten, glaube ich, so bei Amazon 120 Euro oder sowas. Aber wirklich Gold wert. Dankeschön. Schaut mich an. Es ist ja auch schon 20.53 Uhr, Leute. Eben. Wenn ich jetzt nämlich in einem anderen Licht bin. Mensch. Schon 20.53 Uhr. Wir müssen uns beeilen. Ich möchte noch über das Bashing reden. So. Jetzt mache ich hier noch was? Wenn du magst. Kannst du machen. Kannst du machen. Naja. Also. Das musst du nicht. Also. Das kannst du machen. Wie du magst. Du kannst alles beim Make-up machen, was du möchtest. Aber. Man sagt immer. Hier sollte man eigentlich eher auffällen. Damit es die Augen schön. Deine Schwester fragt, was hier eigentlich das Thema ist. Naja. Schminken. Mama-Talk. Und ein bisschen. Sich selber gegenseitig nicht in die Pfanne. Und da kommen wir gleich noch zu. Ja. Genau. Also. Highlighter noch. Highlighter noch hier. Highlighter. Wenn du magst. Ich habe hier so einen Fuder-Highlighter. Kannst du, wenn du magst. Neuner. Den Neuner-Pinsel. So einen kleinen Fuder-Pinsel nehmen. Aber was ist denn ein Puder-Highlighter? Kann ich einfach den Puder nehmen? Ne. Das ist. Ne. Ne. Auf keinen Fall. Also ein Highlighter, Leute, macht. Also falls das jetzt jemand nicht weiß. Ich bin entsetzt, Kathi, dass du nicht weißt, was ein Highlighter ist. Ein Highlighter highlightet die Haut. Also lässt die so schön glänzen. Also die Farbe ist so Glitzer. Oh. Kein Glitzer. Oh. Also dann lassen wir einfach. Forget about it. Wir wollen ja Highlighter. Ich schreibe mal auf. Ich brauche einen Highlighter. Du brauchst einen Highlighter. Also den kann ich dir tatsächlich empfehlen. Wir produzieren auch einen Highlighter. Aber der kommt bei uns erst Ende des Jahres. Aber guck mal. 2,99 von Alverde. Hier von DM. Mega. Ja. Also es muss nicht immer alles teuer sein. Also jetzt. Ich habe hier noch diesen Stift. Den könnte ich mir auch drauf knallen. Oder ist das das auch nicht? Ja, das ist doch super. Ach, das ist dasselbe. Ja, das ist dasselbe. Oh. Sag doch, du hast doch einen Highlighter. Kathi, da steht Highlighter. Stimmt. Highlighter. Ja. Kannst du genauso nehmen. Einfach hier oben auftragen. Und so ein bisschen mit den Fingern eintupfen. Oder du nimmst dann halt wieder diesen Elfer. Mache ich den über den Knochen, oder was? Genau. Über den Knochen hier. Möchte den Elfer. Der ist übrigens von Kest, dieser Stick. Ich mag ihn total. Ja. Hab ich bei dir auch gesehen. Und dann kannst du das zum Beispiel auch in der Witz. Scheiße, wo ist jetzt mein Elferpinsel. Miri, du überforderst mich. Kommt. Hier ist der Elferpinsel. Den hast du doch eben die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Den hatte ich schon zu sein. Was? Okay. Jetzt mal hier und jetzt auf der Nase. Ja, wenn du willst. Ich will alles. Ja. Also Nase, hier, auf dem Lippenherz, auf den Augen. Lippenherz. Also das Zeug, das kannst du dir eigentlich überall hinschmieren. Und, ach so, man sollte es übrigens nirgendwo drüber schmieren, wenn du nicht möchtest, dass die Stelle sichtbar wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier Atme hat, ne? Ach so. Sollte man da auf gar keinen Fall mit einem Highlighter drüber gehen. Sagt einer, ob das ein Prittstift ist, ungefähr. Kann ich mir das auch hier auf die Augen? Mach, mach ich mir das auch hier. Ja. Kannst du machen. Sagst du wieder, kannst du machen. Ich kann hier alles machen. Also ich bin ja echt so, ich probiere ja alles, ne? Ich schmiere mir auch Lippenstift auf die Augen und sowas. Also ich probiere immer aus, was Spaß macht. Bei dir sieht das dann ja auch immer aus. Ja, aber nur, weil ich halt eben die Texturen kenne, ne? Und weiß, was ich damit machen muss. So. Jetzt hab ich schon den Highlighter. Okay. Und jetzt würde ich meine Augenbrauen machen. Ja, mach das doch. Ja, mach ich. Ich hab meinen schon gemacht. Also auch Augenbrauen, ne? Sowas müsst ihr nicht teuer kaufen, ne? Das könnt ihr wirklich für ganz kleines Geld bei H&M oder bei DM oder irgendwo kaufen. Mein Gott, es werden immer mehr Leute. Wo kommt ihr denn alle? Ja, wir schminken uns doch nur. Ja, das ist halt hochinteressant, Kathi. Ja, die schreiben alle wie beim Mädelsabend. Genau, das wollte ich ja auch. Sehr herrlich. Also ich mach jetzt, die sind ja natürlich lange nicht gemacht, weil Kosmetikerinnen ja auch nicht. Klar, ja. Egal. Das kann ich jetzt schminken. Genau, also du nimmst da jetzt gerade unser Augenbrauenbürstchen für und dann gehst du wahrscheinlich jetzt mit dem Stift oder mit dem Stift. Ja, jetzt nehme ich diesen hier. Den liebe ich. Mein Lieblingspinsel. Der Vierer. Der Vierer. Ich liebe den auch so sehr, weil man den auch so vielseitig einsetzen kann. Was hier heute los, fragt eine. GFK schminken. Das geht schon. Aber ihr seid so geil. Guck mal. Deswegen schauen sie zu, weil wir so geil sind. So, pass auf. Dafür brauche ich jetzt einen Spiegel. Ja, das ist der Pinsel. Mach du mal. Ja. Tatsächlich, dieser abgeschrägte kleine Pinsel, der ist mega geil, wenn ihr sagt, ihr habt immer so müde Augen und die Wimpern, man sieht sie gar nicht und so weiter. Ich sag dir eins, Leute. Oh, Frida ist auch da. Die holt sich jetzt auf den Wein. Frida ist eine Freundin von mir. Fridchen. Mein Schatz. Hier lernst du was fürs Leben. Du hast schon ein zweites Glas alle, oder? Ne, ist die Hälfte. Ich bin doch auch ohne lustig, hatten wir festgestellt. So, jetzt pass auf. Ich mache jetzt, das brauche ich einen Moment, weil ich muss dir ernst ehrlich sagen, Miri, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Augenbrauen sind auf jeden Fall mein, das muss stehen. Ja. Das und rote Lippen, dann bin ich safe. Ja, und was ich immer ganz gerne mache, also ihr könnt jetzt einerseits mit diesem kleinen, abgeschrägten Pinsel einfach die Augenbrauen in Wuchsrichtung so auffüllen, also das geht super. Einfach mit einem Lidschatten oder mit einem Brow-Gel. Ja, das wollte ich gleich auch noch rausholen. Ja, hier. So was. Da kannst du dann einfach... Ach, das wollte ich mir aufschreiben. Das hattest du irgendwann mal in der Story und dann habe ich es nicht mehr gesehen. Was ist das? Ja, das ist das Brow-Skype-Dreo von Nui. Brow-Skype-Dreo? Reo. Reo heißt das so. Ach, Reo. Guck. Ach, Reo. Und das kann man, damit kann man, also das ist so, das fixiert halt die Augenbrauen, damit könnt ihr die Augenbrauen ganz langt auffüllen. Ich sehe ja nichts hier. Scheiße, ich muss jetzt hier... Ach, scheiße, Steffi schreibt, scheiße, nein, jetzt ist meine kleine Wache. Ach, scheiße, Steffi. Schnell wieder einschläfern. So sagt meine Tochter. Hol sie einfach dazu, die Kleine. Meine Tochter fragt immer, wer schläfert mich heute ein? Wer schläfert mich? So, guck mal, was das für ein Unterschied ist. Könnt ihr das sehen? Ich habe meine Augenbrauen gemacht. Wahnsinn. Mega. Das ist so, bei dir die Augenbrauen machen so einen mega Unterschied. Das ist Wahnsinn. Sehr Wahnsinn. Also, ihr könnt auch einfach einen Lidschatten nehmen, ne? Wenn man zum Beispiel so einen taupefarbenen Lidschatten hier hat, irgendwie sowas. Das ist total super. Reo. Ne, Reo. Reo. Ohne D-R wie Roller oder so. So. Und dann, genau, gehe ich mit diesem gleichen Kinseln. Das ist ja eigentlich wie beim Schminken, muss ich so machen. Die möchten, dass ich dich ausreden lasse. Ich lasse dich jetzt ausreden. Ja, ich wollte, also, ich will wirklich schon seit einer halben Stunde was sagen. Ach, krass. Das kann nicht sein. Also, ich weiß nicht, ob das hier was mit gewaltfreier Kommunikation zu tun hat. Das ist halt überhaupt nicht meine Art. Mhm. Gewaltfrei? Kommst du nach Hause? Ich bin im Live. Also, darf ich jetzt was sagen, oder nicht? Mein Mann kommt nach Hause. Ach nein. Oh nein. Der Mann kommt nach Hause. Ja, du verstehst dich nicht. Miriam möchte jetzt wirklich mal was sagen. Ich habe noch gar nichts gesagt. Nee, sag mal was. Ich kann noch nicht zu Wort kommen. Nee, sag mal was. Also, ich wollte doch einfach nur sagen, damit die Augen ein bisschen wacher und strahlender aussehen, Leute. Ja. Macht ihr einfach hier einen kleinen Lidschattenstrich hin mit dem gleichen Pinsel. Und dann sieht das nämlich direkt so viel voluminöser aus. Und das reicht dann auch schon. Dann macht ihr euch einfach noch ein bisschen Mascara drauf und dann hat man auch direkt volle Wimpern. Genau das mache ich genauso. Ja, siehste. Hast du ja auch von mir gelernt, oder? Ja. Habe ich mir bei dir abgeguckt. So, da muss ein bisschen mehr noch. Ich habe aber trotzdem gleich noch eine Frage. Ja, ja. Sag mal. Ich habe aber trotzdem gleich noch eine Frage. Ist auch geil. Ihr seht aus wie Schwestern. Hanni und Nanni sind wir. Wie bitte? Ja. Wer ist Hanni? Wer ist Hanni? Ja. Ja. Wir sind besser als Bachelor. Das muss auch erst mal einer schaffen, du. Was? Läuft Bachelor wieder? Nee, aber der läuft doch immer wieder. Oder das? Ich kriege gar nichts mehr mit. Ich weiß noch nicht, dass momentan Jumli Sex Topmon läuft. Habe ich auch überhaupt. Hast du die Plakate gesehen? Nee. Ich habe eins gesehen, da bin ich fast bei Ruhe über die Ampel gefahren. Warum? Weil ich mich vor lauter Photoshop so erschrocken habe. Wegen Heidi? Ja. Ja, das ist sowieso. Ich habe Christian, wir haben irgendwie in den Ausschnitt in den Vorschau gesehen und da habe ich noch zu Christian gesagt, ob die einfach so weitermacht, bis sie tot umfällt oder wie man so aussieht. Ja, ne? Ja. Wahrscheinlich. So, jetzt pass auf. Also, wir haben jetzt oben rum. Du hast schon Wimpern, habe ich noch nicht. Ich würde jetzt unten noch so ein bisschen. Mach doch. Ja, mach ich auch. Du kannst ja machen, was du willst, Kathi. Weißt du? Das ist ja nicht von mir ab, was du machst. Du kannst machen. Ihr könnt ja alle schminken, was ihr wollt. Ich kann immer nur sagen, ob falsch oder nicht. Wir möchten ja nur, dass es so schön aussieht. Der Bachelor läuft gerade jetzt. Was? In diesem Moment. Und wir haben 473 Zuschauer. Ja, okay. Dann ist Schminken interessanter als Bachelor. Es ist wirklich ein Trauer-Statement für diese Sendung. Pass auf. Ja, für uns nicht. Tipps bei Schlupfliedern. Du, ich kriege Schlupflieder. Miriam, wirklich. Guck dir das mal an. Das hatte ich früher nicht. Hier setzt es sich ab, siehst du. Hast du eine gute Augencreme, Kathi? Ja, die von... Oliweda? Ja. Und machst du die hier oben drauf? Ja. Ja. Okay. Das hat bei mir ja total geholfen. Das heißt, wenn ich das jetzt mache und es immer noch so aussieht, muss ich bald eine OP beantragen. Ja. Tatsächlich. Also, wenn es einmal... Jetzt sagst du dir auch noch! Ja! Sagst du dir auch noch! Ja! Ja! Ja, ich meine ganz im Ernst, wenn es einmal hängt, dann hängt es. Da kriegst du es nicht mehr hoch. Das musst du dann liften. Also, das musst du dann schneiden. Wie kann ich denn jetzt heute Nacht schlafen, wenn du mir das so ehrlich sagst? Ja, okay. Du hast ja noch kein Schlupflied. Also, es ist ja wirklich... Das ist ja alles halb so wild bei dir. Also, tatsächlich von Oliveda F09 trage ich immer hier oben auf und unten und das hat bei mir dafür gesorgt, dass es zumindest nicht mehr... Also, es hing bei mir stärker schon mal. Ja, bei mir auch. Das gebe ich zu. Allerdings ist Schlaf halt auch immer. So. So, wenn ihr Kind eingeschlefert... Stellt mich halt so eingeschlefert wieder. Sehr gut. Das gefällt mir! Hast du deinen Mann jetzt eben auch eingeschlefert oder was? Ja, das kommt so ein bisschen. Ah, okay. So, genau. Jetzt wollten wir noch mal ganz kurz eben auf was eingehen. Du wolltest noch irgendwas wissen zum Thema Make-up oder irgendwas? Ja, und dann reden wir über Mammen-Bashing. Also, erstmal wollte ich wissen, wir haben noch keine Rouge, mein Fräulein. Ah, ja. Sorry. Wenn ich dir das mal kurz sagen darf. Fräulein. Fräulein. Ja, also tatsächlich... Ich brauche ein bisschen länger für meine Wimpern. Ja, ich merke das schon. Vor allem schminke ich doch eh gleich wieder ab, oder? Hast du noch was vor? Gehst du aus? Ich gucke gleich noch ein bisschen Serien mit meinem Mann. Also, ich mache das jetzt hier alles nur so halb gar, weil tatsächlich, wenn ich jetzt gleich ins Bett gehe, da schminke ich mich doch jetzt nicht mehr so doll. Also, ich muss dir das jetzt alles wieder runterhalten. Gibt es auch fachliche Impulse zum Thema Helikoptereltern in Bezug auf Gegenfahrt? Kommt ja gleich, ihr Lieben. Jetzt lasst uns doch mal eben unseren Spaß, Mensch. Ja. Also, ich will nur noch einmal ganz kurz abschließend sagen zu deinem Rouge-Thema. Ja. Also, wenn du jetzt noch einen Rouge auftragen möchtest, dann würdest du das tatsächlich in die entgegengesetzte Richtung machen. Ich habe jetzt mal einfach hier irgendeins gegriffen. Ich nehme einfach den Frittstift. Ja. Nimm den Frittstift. Genau. Auch gut. Mach ich auch. Pass auf. Ich nehme den gleich, dann haben wir das gleiche Ergebnis. Hast du Pink, oder was hast du? Den, den du letztens empfohlen hast. Ja. Das ist immer so geil, ne? Du willst ein bisschen grinsen. So. Und dann auch die Wangen tüpfen. Und dann einfach mit dem Pinsel 11 wieder so ein bisschen einarbeiten. Das mache ich natürlich immer nicht. Wo ist jetzt mein 11er wieder? Also, dann sieht es auf jeden Fall deutlich natürlich aus. Und man hat eben diese Fingerabdrücke da nicht in der Haut, ne? Und ich mache es mir manchmal noch hier oben. Da sagst du wieder, kannst du es machen. Ne. Oh. Okay. Hier? Ne, hier oben drauf. Da. Das sieht dann verbrannt aus. Ne, auf keinen Fall. Vor allem, wenn du jetzt sagst, du kriegst ein Schlupflid. Ja. Also, das sagst du. Das sag nicht ich. Dann sollte man auf keinen Fall noch hier irgendwas drauf machen, was es dann optisch noch mehr runterdrückt. Sondern eher nur hier unter der Augenbraue ein bisschen was Helles. Einen ganz, ganz Hauch von vielleicht so einem hellen Lidschatten hier. Aber definitiv hier oben nichts mehr machen. Weil sonst drückt das alles am Auge wieder runter. Ja, kann ich verstanden. Was ich noch übrigens mache, ist, dass ich meine Augenbrauen festklebe mit so einem Kleber. Das muss ich ja jetzt nicht machen, weil, wie gesagt, schminkt mich ja gleich ab. So, jetzt meine Frage. Was heißt denn Kleber? Was machst du denn für ein Kleber auf deine Augenbrauen? So ein, hier von MAC, so ein Kleber, dass die besser stehen. Meinst du eine Augenbrauen-Mascara? Ne, das klebt dann. Das ist aber eine Augenbrauen-Mascara. Die klebt. Okay. Das ist dein Kleber. Nicht, dass Leute sich jetzt irgendwie einen Prittstift kaufen und denken, sie kleben die Kati Weber. Die kleben nicht immer die Augen drauf. Ja, als ob sich bei mir jemand Schminktipps holt. Da geht der lieber zu Miri. So, wenn ich jetzt rote Lippen mache, wäre das an den Augen schon zu viel mit roten Lippen? Du willst den Lippenstift auf die Augen machen? Nein, auf die Lippen. Ach so. Nur, verstehst du? Ja, sieht super aus. Mach. Ja. Eigentlich würde ich lieber Gloss machen, aber gut. Also, ich finde jetzt roten Lippenstift, soll ich auch einen roten Lippenstift auch tragen? Du benutzt ja immer den ganz giftigen von Mac, ne? Also, das kann ich nicht supporten, meine Liebe, ne? Sobald wir ein Lippenstift rausbringen, ich mache dir genau deine roten, wenn du willst. Ja, bitte. Dann, du weißt, wie viele Lippenstifte wir als Frau im Jahr so essen. Und da hast du wirklich, wirklich viele richtig schlechte Inhaltsstoffe drin, ne? Ach du Scheiße. Ja. Also, deswegen sage ich immer, also bei Lippenstiften würde ich tatsächlich eher so ein bisschen auf Naturkosmetik gehen. Kannst du mir einen Lippenstift in meiner Lieblingsnagellackfarbe machen? Ja. Ja, kann ich machen. Absolut. Aber leider, Kathi, erst zum Ende des Jahres. Das mache ich. Solange vergifte ich mich. Kein Problem. Ja, solange du lebst ja jetzt auch noch. Also, man darf es halt auch echt nicht zu ernst nehmen mit den Inhaltsstoffen. Und das muss man jetzt auch mal sagen. Ja, also, keiner, never ever, würde jemals von einem Lippenstift sterben können. Ja? Also, da sind keine wahnsinnig guten Inhaltsstoffen. Mal, wie schlimm das ist. Und soll ich dir verraten, was du auf den Lippen hast? Nein, ich weiß eigentlich gar nicht. Weißt du das? Nein, ich möchte es gar nicht wissen. Ich sag's aber. Dann kann ich den ja morgen nicht mehr benutzen. Ich sag's aber. Ich sag's aber. Ich sag's aber. Wollt ihr wissen, was in Kathis Lippenstift drin ist? Warum die Lippen so schön rot sind? Das ist Läuseblut. Ja. Tatsächlich, das ist Läuseblut. Also, Kamin ist da drin. Und Kamin ist Läuseblut. Ich krieg's. Ja. Also, das ist ich jetzt. Super. Jetzt kann ich ja morgen diese roten Lippen nicht mehr tragen. Also, ich kann euch ja jetzt schon mal einen. Ist das denn jetzt alle Make-Lippenstifte schlecht? Ja, leider. Also, es ist nichts davon vegan. Ich weiß jetzt nicht, ob sie umstellen. Aber zum Beispiel der Kess Lippenstift ist schon mal immerhin vegan. Ne? Also, der ist nicht ganz so matt. Aber Kathi, ich arbeite dran. Ich sag's mir mal, welches rot das ist. Mache ich. Dann produzieren wir dir einen. Von Kess hätte ich jetzt diesen Lipp-Dings, den du letztens empfohlen hast. Den kann ich einfach drüber machen, dann ist es nicht so schlimm. Das macht's nicht weniger. Also, tatsächlich macht's das eher noch schlimmer. Weil jetzt hast du das Läuseblut an dem Stift von dem... Scheiße! Oh, Mann. Miri, du musst schneller reden. Jetzt hast du das Läuseblut in den... Du musst doch schneller reden mit mir. Ich red so schnell. Was machst du denn? Also, das ist der... Scheiße, Mensch. Ja. Machst du denn jetzt hier mit mir? Der ist total schön. Kann ich nicht schlafen heute hinter mir. Also... Aber ich würde halt niemals mit dem Stift dann... Dann nehmt euch wirklich lieber einen Lippenpinsel zur Hand und nehmt das so ab und dann einmal drüber gehen. Lippenpinsel habe ich nicht, brauche ich Miriam. Ja, schicke ich dir zu. Bevor du noch weiter Läuseblut in das vegane Produkt hast. Das vegane Produkt kann nämlich heute Nacht nicht schlafen. Das ist vegan, Kathi. Und da steckt jetzt Läuseblut drin. So, jetzt sind wir geschminkt. Jetzt kann ich auch die Krone wieder abnehmen. Ja. Oh, mein Auge tränt die ganze Zeit so. Das ist, glaube ich, das Licht. Das ist so cool. Aber siehst du ein bisschen glowiger aus, weil du die tollen Lichter hast? Oder sehe ich auch so glowy aus? Nein, du siehst genauso glowy aus, wenn du die Lichter hättest. Du hast einfach nicht dieses krasses Strahlelicht von vorne. Mach mir einfach mein Licht näher dran. Ja, siehst du, wie deine Nase leuchtet? Siehst du diesen Nasenrücken? Ja. Guck mal. Guck mal hier. Guck mal hier. Wow. Siehst du, es ist so glowy. Und das war der Stift von Cass, liebe Leute. Beim nächsten Mal komme ich zum Schminken bei dir vorbei. Ja, also, dass ich keinen Store mehr habe und du kannst nirgendwo mehr vorbeifahren. Nee, zu Hause einfach. Ich lade mich einfach bei dir zu Hause ein. Gar kein Problem. Ja, kommst du mal nach Göpenick? Ja, klar. Kannst du die Kinder mitbringen? Den Günther. Den Günther, ja. Ach nee, der hat keinen Bock auf kleine Kinder und schminken auch nicht. So, mein Mann, der hat hier eine Technik rumstehen. Stimmt, stimmt. Der wird da Bock drauf haben. So, pass auf, jetzt sind wir ja geschminkt, ja? Ja, genau. Und seht ihr den Unterschied zu vorhin? Das wäre ganz schön. Das wäre so schlimm, wenn nicht. Bitte sagt nicht, dass ihr keinen Unterschied seht. Na, mich haben halt immer wieder welche gefragt. Kathi, warum strahlst du so? Ich glaube ja, dass das Strahlen in erster Linie von innen kommt. Richtig. Ja. Ganz richtig. Und das, was wir hier gemacht haben, mir macht das einfach großen Spaß. Und ich finde, wenn ich jetzt keine roten Lippen hätte, sondern so wie Miri jetzt ein bisschen Lipgloss, dann sieht das einfach für mich, also das ist ja jetzt nicht irgendwie so mega aufgedonnert dabei. Wenn jemand das machen möchte, kann das ja auch jeder machen. Nur ich finde, das Strahlen fängt immer innen an. Und das setze ich noch oben drauf. Und wer keine Lust hat sich zu schminken, der lässt es einfach. Niemand muss sich schminken. Ich schmink mich auch ganz oft übrigens nicht, ne? Ne, genau. Ich bin zwar Make-Up-Artist, das ist mein Aushängeschild und ich mache das halt beruflich. Aber ich bin halt auch, ich laufe auch am Sonntag komplett ungeschminkt rum. Ich muss halt nur sagen, ich finde das halt immer ganz geil, auch mal so ein bisschen Make-Up aufzutragen, weil man sich halt direkt auch ein bisschen angezogener fühlt. Finde ich auch. Hey, der ist so schön. Ne, ich mache jetzt die Fläuseblut darunter. Ich kann das nicht mehr ab. Sorry, habe ich dir jetzt in den Verhalten? Du kriegst nachher noch eine richtig bitterböse SMS von mir. Jetzt mache ich mir das hier drauf. Ja, ja. Das hast du jetzt davon. Ja, ich meine, ich betreibe halt viel Aufklärungsarbeit. Das macht ja sonst niemand. So. Und dann ist es ja so, wir hatten ja überlegt, worüber können wir noch sprechen. Kathi, schreibt jemand, dein Schlupflieder-OP würde von der Krankenkasse übernommen werden. Das ist jetzt wirklich lustig. Ich finde es mega lustig, geil. Ja, ich werde mich da mal erkundigen, was das mit der Schlupflieder-OP auf sich hat. Dieses Mum-Bashing. Nein, nicht Mäuseblut, da schreibt jemand Mäuseblut. Läuseblut, nicht Mäuseblut. Seid ihr verrückt? Läuseblut, nicht Mäuseblut. Ach Gott, das ist wirklich... Ich kann aus jedem Live, was ich mache, geht eigentlich eine Pressemeldung raus. Bei dem Live mit Marc Raschke war irgendwie du-sau-du. Wir haben uns irgendwann nur noch beschimpft mit du-sau-du. Und bei dir wäre die Pressemeldung Lippenstift mit Mäuseblut. Irgendjemand aus meinem Team schreibt gerade, wer auch immer jetzt um 21.13 Uhr aus meinem Team noch arbeitet, vielen Dank. Das ist tatsächlich Cleared Lace von Cass gewesen, was ich jetzt hier auf dem Lippen mache. Ja, habe ich auch. Weil ich kaufe eigentlich alles, was Miriam fehlt. Du bist... Also, ich kann dich ganz schön gut influencen, ne? Ja, ja. Das kannst du ganz gut. Also, Kati, den Lippenpinsel, den brauchst du auf jeden Fall noch, um deinen veganen Lippenstift aufzutragen. Den produzierst du ja extra nur für mich. Absolut. Und für alle anderen produziere ich auch noch einen Make-up-Pass. Nein, bitte nicht. Nur für mich. Okay. Okay. Nein. So. Wie... Was kennst du? Wie wurdest du schon mal als Mama genannt? Also, ich habe schon mehreres an den Kopf geschmissen gekriegt. Das Ding ist, ich kenne solche Menschen nicht. Ich kenne wirklich solche Leute nicht. Vielleicht umgebe ich mich nicht mit so Menschen. Du hast ja auch keinen Ex-Partner, der der Vater deines Kindes ist zum Beispiel. Richtig. Richtig. Also, tatsächlich. Ich habe ja auch nur ein Kind. Und das ist ja auch noch sehr klein. Also, ich habe erst fünf Jahre jetzt hinter mir. Und tatsächlich habe ich, ehrlich gesagt, noch nie irgendwelche bösen Sachen gehört oder sowas. Also, ich... Das freut uns sehr für dich, weil ich habe eine Umfrage gemacht. Und die wissen alle ganz schön Bescheid. Ja? Ja. Du gehst einfach zu wenig raus. Gehst du mal auf den Spielplatz? Wie? Was ist ein Spielplatz? Also, ich bin auf jeden Fall Helikoptermama bin ich. Du bist eine Helikoptermama? Ja. Sagen mir viele. Naja, mit der gewaltfreien Kommunikation, wenn du nicht weißt, was das ist, dann ist so ein bisschen dieses, es geht alles nur ums Kind. Ist ja gar nicht so. Im Sinne der gewaltfreien Kommunikation geht es in erster Linie um mich. Ja. Dann auch gerne so Rabenmutter, weil ich zu viel arbeite. Ja. Wobei ja viele gar nicht mitkriegen, wie viel ich dann zu Hause bin, weil ich natürlich mehr aus dem Büro berichte. Die meisten denken halt, dass die 10 Prozent, die wir von unserem Leben zeigen, unser ganzes Leben sind. Und deswegen denkt man halt ganz häufig, dass man halt nichts mehr mit seinem Kind machen würde. Das ist bei mir ja genauso. Zumal ich ja meine Kinder weitestgehend versuche rauszuhalten. Also ich gebe ja schon auch mal Geschichten mit, die mir passiert sind, Konflikte mit meinen Kindern und so. Nur ich bin halt jetzt keine, wie nennt sich das, Mama-Bloggerin? Ja. Mama-Bloggerin. Mompreneurin, Influencerin. Mom-Influencerin. Alles klar. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwas davon. Genau. Und Rabenmutter und Ökomutti nennt mich mein Sohn. Ja, aber warum würde der dich denn Öko... Weiß nicht, dass du einen Meglippenstift trägst, dann würde der dich nämlich nicht Ökomama nennen. Das ist nicht Öko-Kati. Dein Meglippenstift mit Läuseblut ist der Beweis dafür, dass du keine Ökomama bist. Habe ich verstanden. Er findet halt, weil ich schon sehr viel mit... Ich bin schon auch spirituell veranlagt, homöopathisch, astrologisch und so weiter. Und ich glaube, er kriegt halt... Er hat halt immer bei jedem ein bisschen Krieg der Kügelchen und so weiter. Das hat er, glaube ich, damit verbunden. Aber gehen deine Kinder auf die Waldorfschule? Nein. Würdest du das in die Schublade schieben? Naja, das ist halt noch mehr. Also ich war ja auf der Waldorfschule, meine ganzen Geschwister waren ja auf der Waldorfschule und ja, also meine Mama ist auch absolut 0,0 öki. Aber trotzdem, das ist halt einfach so, wenn man so auf einer Waldorfschule und so weiter, dann ist das ja schon noch mal so ein bisschen näher im Leben, dass man als so Ökomama bezeichnet wird. Ich sage dir, wie es war. Ich wollte ganz gerne, dass meine Tochter auf den Waldorf-Kindergarten kommt. Sie haben keinen Platz gekriegt bei Zinf. Weil ich glaube nicht, wenn du da mit den roten Lippen an kommst, bist du draußen. Ja. Oder wenn du einen Pulli mit Aufschrift oder sowas gibst, das auch gar nicht. Ja. Du machst halt raus, ne? Naja, was wollte ich noch sagen? Achso, die einzige Schublade, die ich mich wirklich gerne stecken lasse, ist folgende. Ich habe in einer Podcast-Folge mit meinem Sohn, habe ich dann gefragt, wie seine Kumpels mich sehen. Ah. Und die haben mich beschrieben als... Na, wie haben sie mich denn beschrieben? Nicht Bonus natürlich, sondern... Gibt es denn das jetzt? Günther! Günther! Ja, ihr wisst es doch. Manche wissen es doch. Ihr könnt das mal eben reinschreiben. Warum fällt mir das denn jetzt nicht ein? Wir haben... Wir haben... Du hast zu viel Läuseblut auf deinen Lippen gehabt. Das ist wahrscheinlich die erste... Gütter! Wie heißt denn deine Sohn? Wie nennen mich deine Kumpels? Also, ich... Während du das klärst... Ehrenmama haben wir es. Danke, hab schon! Was? Ehrenmama. Ehrenmutti. Ehrenmama. Wie? Ehrenflaume? Die Ehrenmama? Das kenn ich nicht, die Ehrenflaume? Die Ehrenflaume kennst du nicht, Katja? Willst du mich jetzt schon wieder in irgendeine Scheiße reiten hier, oder? Die Ehrenflaume... Kai Pflaume. Hallo, das ist doch dein Kollege vom Fernsehen. Ja, warte. Das weißt du nicht, Katja? Der hat die Ehrenflaume auf YouTube gegründet, weil er jetzt in die Blogger- und Influencer-Szene einsteigen wollte. Ach, das hab ich mitbekommen. Der hat innerhalb von drei Monaten oder sowas eine halbe Million Follower aufgebaut. Ja, weil er die ganzen krassen YouTuber sich geholt hat, ja. Genau, und das ist die Ehrenflaume und deswegen Ehrenmama wahrscheinlich. Ich bin die Ehrenmama oder Ehrenmutti, weil bei mir gibt's ja keine Belohnung. Du bist der Papa? Nein, Günther ist mein Sohn. Okay. Also du hast ihm so einen Codenamen auf Instagram? Den hat er sich selber gegeben. Und zwar eigentlich hat ihn sein Sportlehrer ihm gegeben, weil er kann sich seinen Namen nicht merken. Und dann habe ich ja... Wie, er kann ich ernsthaft seinen Namen nicht merken? Nein, der ist Sportlehrer. Ach so, ich darf schon sein Sohn merken. Was sind denn Namen nicht merken? Hallo, ich trinke eigentlich hier nur Tee. Ich brauche mich auf, wer hat hier Läuseblut? Ja. Also auf jeden Fall. Und meine Kurs-Community, die sind natürlich ein bisschen enger und dann war er auch mal mit live und das ist jetzt einfach der Günther. Das hat er dann so gesagt. Auf jeden Fall sollte er sich selber jetzt gerade nicht erinnern. die Ehrenmama genau, weil bei mir gibt es ja Belohnung und Bestrafung nicht. Also vor allen Dingen die Bestrafung interessiert sich natürlich, dass es die hier nicht gibt. Und ich glaube schon auch, dass meine Fragerei manchmal nervt. Ich bin ja ein Kind meiner Tochter, meiner Mutter. Meine Mutter redet, fragt total viel. Das hat mich früher schon in der Kindheit sehr genervt. Ich versuche anders zu sein, was natürlich schwer ist. Ich glaube, im Vergleich zu anderen ist das einfach ganz lässig, weil wir können halt über alles reden. Ich finde das super. Ich strebe ja diese Beziehung mit meinem Sohn an. Bei uns gibt es ja auch keine Bestrafung, weil mein Sohn so lieb ist. Mir gibt es keine Bestrafung, Katja. Obwohl ich kein GFK wirklich, also ich glaube, irgendwie haben wir das doch auch alle in uns. Und ich glaube wirklich, dass wenn man ein bewusstes und gutes Verhältnis mit seinem Kind pflegt, dass es dann diese klassische Bestrafung, die es früher gab, doch auch gar nicht mehr geben muss, oder? Naja, es ist natürlich, wenn du anders aufgewachsen bist, ist das manchmal schon schwierig, wenn du an deine Grenzen kommst und das Kind einfach nicht kooperiert. Und dann kann halt diese Wenn-Dann-Sätze schnell rausfallen. Auf jeden Fall ist diese Schublade Ehrenmama, die nehme ich gerne. Ich habe auch gesagt, ich lasse mir irgendwann mal ein T-Shirt drucken, da steht auf Ehrenmama. Da bin ich mit einverstanden. Ansonsten würde ich gerne einfach mal darauf hinweisen, dass dieses Ganze, auch dieses Working-Mom, dann habe ich jetzt gehört, Bunkereltern. Kennst du das? Nee, U-Boot-Eltern. U-Boot-Eltern sind Eltern, die du nirgendwo siehst. Ah, U-Boot-Eltern? Die einfach nirgendwo auftauchen. Die einfach immer, andere kümmern sich ums Kind und die Eltern waren nie gesehen. Gibt es ja auch. Nur, ich finde es interessant, warum braucht es diese Begrifflichkeit? Weil die Menschen versuchen, sich Dinge zu erklären. Und ich finde ja, es muss ja keine Beurteilung sein, wenn ich sie nicht so verstehe. Also, ich werde hier nur in eine Schublade gesteckt, wenn ich das zulasse. Ja. Absolut. Und deswegen, ich lasse mich auch gar nicht. Und vielleicht höre ich das auch gar nicht. Wahrscheinlich sagen ganz viele über mich so, was ist denn das für eine Mutter oder keiner was. Also, ich habe ja heute Nachmittag mein Working Mom Live gemacht. Ja. Also, dieses Thema, wo ich mir auch nochmal mein Buch gezeigt habe, ich habe es noch hier liegen, At Work with Mom, da habe ich ein ganzes Jahr mit Noah auf der Arbeit verbracht und ein Fotoalbum daraus gemacht. Ach. Und das ist so, ich liebe dieses Fotoalbum, das ist tatsächlich das einzige Fotoalbum. Oh, warte. Wir haben ein paar mehr, da bin ich eine Streberin. Also, tatsächlich ist dann dann wirklich alles so von den Anfängen, wo Noah so bei mir im Laden mit war, bei meiner Geschäftspartnerin auf dem Arm oder so Sachen wie, weiß nicht, wo wir zusammen beim Brigitte Mom Shooting waren. Hier, das müsst ihr einmal zeigen, das ist so süß. Und das ist, ich mag das so gerne und ich glaube, weil ich selber so abfeiere, ja, ups, da habe ich am Set gestanden mit meinen Pinseln. Du bist ja so eine richtige Working Mom, du weißt, du schleppst ihr Kind überall mit hin. Es ist doch so wichtig, dass jeder das machen kann. Oh Gott, jetzt war der Arzt. Was? Miriam? Ja, eben. Also, deswegen habe ich extra unter meinem Post geschrieben, please don't judge, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das manche richtig komisch finden, dass ich das so für mich entschieden habe, dass ich halt gesagt habe, nö, ich schlappe mein Kind überall mit hin und ich will weiter arbeiten und ich will halt nicht ein Jahr zu Hause sitzen, sondern ich möchte weiter arbeiten. Ich habe halt sechs Wochen Wochenbett gemacht und habe ich weitergemacht und das kann ja auch jeder für sich wieder so entscheiden, wie er will. Genau, weil ich habe das zum Beispiel bewusst ganz anders gemacht und das war auch gut bei dem Kind, was da kam. Es ist ja auch immer abhängig von dem Menschen, der da kommt. Weißt du, wenn bei dir ein Kind gekommen wäre, was das einfach nervlich nicht verkraftet hätte, dann hättest du das gar nicht machen können. Richtig. Und das denke ich nämlich halt auch, man muss es ja auch immer den Umständen entsprechend machen. Und Noah war das unkomplizierteste Kind auf Erden für ein Jahr lang. Also, ich habe dieses erste Jahr ihn erlebt wie, das Kind ist nicht normal, der weint nie, der schreit nie, der macht nichts, der hat Nächte durchgeschlafen, der hat irgendwie, es war alles easy und dann war ich aber mit meinem Arbeitsstress durch. Da hatte ich doch diese schreckliche Insolvenz da in München. Und dann war ich damit durch und dann hat der nur noch angefangen zu beißen und hat irgendwie, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und da habe ich mir dann auch gedacht so, ja, wer weiß, vielleicht war es jetzt, ist es ja jetzt doch irgendwie zu viel gewesen und so weiter. Andererseits kann man sich das halt auch immer auslegen, wie man möchte. In dem Moment kann man ja nichts mehr ranhängen. Wollte ich gerade sagen. Also, ich sag mal, und wenn er währenddessen schon Auffälligkeiten gezeigt hätte, dann hättest du darauf reagiert. Absolut. Ja, war ja alles in Ordnung, weißt du. Und ich finde das so wichtig, ich finde halt immer so spannend, also auf der einen Seite zu sagen, weißt du es, Menschen brauchen Beurteilung, um sich orientieren zu können. Ich brauche bestimmte Begrifflichkeiten, um Dinge greifen zu können. Und wenn ich dir jetzt sage, okay, wir sind Working Moms, dann wissen alle ungefähr, was damit gemeint ist. Ja. Schokolade, Günther? Ja. Hast du noch nicht genug gegessen heute? Brauchst du noch eine Tafel? Günther, wir wollen dich alle sehen. Wir wollen dich alle sehen. Wir möchten dich sehen. Kannst du dich inkognitor zeigen? Es ist so spannend, wer sich hinter dem Namen Günther versteckt. Siehst du dir eine Hose an jetzt erst mal? Nee, will er nicht. Er läuft hier ja in Unterhose rum. Nein. Günther, leg dich ins Bett. Leg dich ins Bett. Ja, mit dem Rücken. Also Kathi, ich muss noch einmal ganz kurz, weil mir das jetzt... Warte, jetzt kommt er gleich. Achso, er kommt jetzt gleich. Aber wie gesagt, ich finde das immer so anstrengend, dass es halt dieses Judgment gibt. Und das ist diese... Wie geil, stellt er sich denn da jetzt hin? Liest du gerade? Dein Sohn Günther steht da. Achso, da ist er. Das ist er. Günther, du warst aber auch schon länger nicht mehr beim Präsent. Nee, der war auch nicht mehr länger. Der hört dich ja nicht. Ich habe ja die E-Pots drin. Aber der hat ja die krasse Matte wie ich. Miri, ich habe ja auch so eine krasse Matte. Das ist er. Danke. Mein Sohn hat ja auch so eine Mega-Matte. Ich frage mich gerade hier, weil wir ein Jahrtaus sitzen, ist aber gleichzeitig wieder abwertend. Was ist abwertend? Worüber redet ihr denn? Ich weiß auch nicht. Hier schreibt jemand, ein Jahr zu Hause sitzen, ist aber gleichzeitig wieder abwertend. Das ist nicht abwertend, Leute. Wenn ihr... Also, wir kommen doch nicht weiter. Miri sagt was und ich würde sagen, ey Miri, das ist total abwertend. Das war beleidigend oder sonst was. Dann bewerte ich in dem Moment genauso. Ich finde es viel spannender zu hinterfragen, was willst du mir eigentlich gerade damit sagen? Also, wenn du mir jetzt sagen würdest, ey Kathi, ganz schön Öko-Mutini. Nee, das würdest du nicht sagen gegen das Lippenstift. Ähm... Du... Ähm... Du würdest sagen, Mann, Kathi, du mit deiner GFK bist ja auch eine ganz schöne Helikoptermutter. Würde ich sofort fragen, okay, hast du den Eindruck, dass ich mich nur um mein Kind kümmere? Also immer zu hinterfragen, was könnte der Mensch mir mit diesem Begriff sagen wollen? Weil für den Menschen ist es nur ein Versuch, sich zu orientieren... Ja. Irgendwie in der Richtung zu hindringen. Und mal abgesehen davon, wenn ich mit dir hier alleine sitzen würde, was wir ja quasi tun, und wir würden so ein bisschen quatschen und würden vielleicht so ein bisschen mal über den oder sie reden und über uns und so weiter, da würden auch solche Begrifflichkeiten fallen. Und wir sind, wir verstehen uns, wir sind im Rumor. Das heißt nicht, dass wir böse Menschen sind, sondern wir Menschen brauchen Bewertung und Verurteilung, um sich zu orientieren. Es ist immer die Frage, wenn ich den Eindruck habe, ich finde das gerade bewerten oder ich finde, du verurteilst mich gerade, dass ich dich dafür nicht verurteile, sondern dass ich hinterfrage... Du darfst es vor allem nicht persönlich nehmen, das ist halt wichtig. Ja. Du darfst es einfach nicht persönlich nehmen, weil für jeden ist ja die Art, wie man etwas sagt, was anderes. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, boah, Kathi, du bist aber voll die Helikoptermarm, dann fühlst du dich... Sag mal, du hast ja wohl lieber alle Tassen im Schrank. Richtig! Dann fühlst du dich jetzt mega angegriffen und sagst, was, spinnst du, das stimmt doch überhaupt nicht, so bin ich nicht. Und ich denke aber, für mich ist der Helikopterbegriff vielleicht voll was Gutes. Für mich ist doch was Gutes, wo ich sagen würde, boah, Kathi, warum fühlst du dich jetzt so angegriffen? Helikoptermarm, ich würde super gerne eine Helikoptermarm sein. Also meine Sicht auf die Dinge ist ja wieder eine ganz andere. Und dann kommt noch eine dritte Person und eine vierte Person zu und die sagen dann wieder was ganz anderes. Für die ist Helikopter... Was ist denn der Helikoptermarm? Ich kenne das gerne. Interessant ist natürlich schon, wenn du sagst, du darfst das einfach nicht persönlich nehmen. Das fällt natürlich manchmal schwer, weil in dem Moment... Das ist mega schwer. In dem Moment, wo du dich angegriffen fühlst, hat das was mit dir zu tun. Ja, das darfst du nicht. Also das darf man ja eigentlich nicht. Man darf sich ja gar nicht angegriffen fühlen. Also du darfst... Doch, doch, doch. Du darfst dich angegriffen fühlen. Nein, du kannst nur dahinter fragen, warum das gerade so ist. Genau. Was brauche ich, damit ich mich nicht angegriffen fühle? Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal ganz, also wirklich richtig mal dahinter schauen, du darfst dich eigentlich nicht persönlich angegriffen fühlen, weil du nicht weißt, wie es vom anderen gemeint ist. Erst wenn du es hinterfragst... Wenn du es so meinst, dann stimmt es. Genau. Weil es macht gar keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Also zum Beispiel, ich finde das krasseste Beispiel sind doch immer E-Mails, oder? Ja. Also E-Mails, wenn du eine E-Mail bekommst, du kannst eine E-Mail in so vielen verschiedenen Wegen lesen. Du bekommst eine E-Mail und derjenige, der es abgesendet hat, hat mega gute Laune und denkt sich jetzt gerade überhaupt nichts Böses, schickt dir die und hat aber einen bestimmten Schreibstil, der dich total triggert. Und du plötzlich denkst so, was ist denn mit dem los? Das ist ja voll das Arschloch. Was greift denn der mich in dieser E-Mail so an? Das ist ja unglaublich. Und dann geht das zurück, dann schießt du eine E-Mail zurück und dann fängt was an, obwohl der andere das gar nicht da war. Das finde ich nämlich am gefährlichsten. Und das finde ich immer so ein Ding... Ich meine, ich mache ja seit Jahren Business-Coachings, ja. Und das ist für mich, weil ich habe immer alles persönlich genommen. Ich habe wirklich, also auch bei Business-Terminen und so weiter, oder wenn halt eben jemand auch, wie gesagt, vielleicht auch ein Grund, warum ich nicht so gerne auf den Spielplatz gehe, weil ich irgendwie dann immer gedacht habe so... Ich gehe übrigens auch nicht gerne auf den Spielplatz, wollte ich nur sagen. Mich finde ich so selten auf den Spielplatz, weil das ist so... Ich ertrage das alles gerade gar nicht, was da für Konflikte ablaufen. Du, aber tatsächlich ist es so, ich bin ja ein Mobbing... Ich wurde ja gemobbt in der Schule, richtig heftig, finde ich. Und deswegen ist natürlich, wenn du sagst, beruflich jetzt zum Beispiel, oder auch bei Instagram, kriegst du ja schon auch mal Nachrichten, da hat jemand schon das Bedürfnis, dir was mitteilen zu wollen, was ihm nicht passt oder dieser Person nicht passt. Das ist schon für mich auch immer... Also es kommt darauf an, wie ich drauf bin, wie ich geschlafen habe, in welcher Zyklusphase ich bin und so weiter. Also manchmal holt mich dann auch dieses Mobbing-Thema so ein, weil ich so gerne dann möchte, dass alle mich mögen, was ja absurd ist. Es können dich gar nicht alle mögen. Absolut. Nur ich bin natürlich in dem Bereich ein gebranntes Kind, nur ich möchte da auch raus, weil ich komme damit ja nicht weiter, zumal ich ja dann auch immer wieder andere verurteile, wie sie mit mir reden. Es ist ja immer die Frage, was möchte mir derjenige sagen und vor allen Dingen, wo ist auch meine Grenze? Ich kann ja auch Grenzen setzen. Und wenn zu euch jemand sagt, Mensch, du bist so voll die Übermutter, würde ich sofort fragen, okay, hast du den Eindruck, ich kümmere mich zu viel um mein Kind? Das ist ja schon absurd eigentlich. Der kann sich zu viel um sein. Und wenn sie sagen, ja, ich finde schon, du könntest dich mal um mich kümmern, um dich kümmern, würde ich sagen, du weißt, das ist ja mein Leben und meine Sache. Machst du dir Sorgen um mich? Ja, du musst auch mal, du machst dir Sorgen, du hast Sorge, dass ich irgendwie unter die Räder komme, dass ich mich nur um mein Kind kümmere. Und dann bin ich gleich in einem anderen Gespräch. Ganz genau. Also hinter diesen Begriffen steckt immer etwas, was der Mensch dir sagen möchte. Und du kannst es schaffen, wenn du einen anderen Weg wählst, in eine ganz andere Kommunikation zu kommen. Aber das ist doch genau das Gleiche, was ich eben mit den E-Mails gemeint habe. Genau. Wenn du zum Beispiel dann den Hörer in die Hand nimmst und sagst so, Günder, wie hast du denn die E-Mail jetzt gemeint? Also, findest du mich jetzt scheiße oder findest du mich gut? Oder was ist denn das jetzt? Was ist denn das für eine E-Mail? Was willst du denn mir damit sagen? Du willst nicht mehr mit mir zusammenarbeiten? Heißt das jetzt, du willst nicht mehr mit mir zusammenarbeiten? Oder heißt das irgendwie, du hast so starken Respekt vor mir, dass du meine ganze Power nicht mehr aushältst? Also, das finde ich halt eben so krass, wie schnell das geht, dass man etwas komplett in eine falsche Richtung treibt. Janine ist gerade noch dazugekommen, die hatte noch Teammeeting. Hallo liebe Janine, die kennen wir ja beide. Also, bei mir ist mein ganzes Ding eingefroren. Bei mir gucken jetzt schon seit Ewigkeiten genau 464 Leute zu. Und Honey Girl Mom ist immer noch der letzte Lacher bei mir. Also, der letzte Lacher ist hier schon lange jemand anders. Also, Janine wollte ich einmal noch begrüßen, weil ich weiß, sie hatte ein Teammeeting. Und ganz viele haben gerade schon geschrieben, auch Janine, du hast eine ganze Menge verpasst, würde ich sagen. Du hast hier den Bachelor, den Bachelor hast du quasi verpasst. Heidi Klum und Bachelor zusammen. Was soll ich sagen? Ganz viele schreiben so, ja, ich bin so der Harmonie-Typ. Das hat natürlich viel damit zu tun, Angst zu haben vor Konflikten. Wenn mir jemand solche Beleidigungen, die es ja gar nicht sein kann. Es sind nur Beleidigungen, wenn ich sie dafür auch wieder verurteile, dass es Beleidigungen sind. Wisst ihr? Es ist immer die Frage, was ich daraus mache. Und wo war jetzt mein Faden? Läuseblut? Nee, das Läuseblut hängt hier im Taschentuch. Ich wollte doch was Wichtiges gerade sagen. Ja, ganz wichtig. Also, das ist halt sowieso immer wichtig. Deswegen, Kati, du hast sehr viel getrunken. Nein, habe ich doch gar nicht. Ich habe gar nicht viel getrunken. Hier steht noch ein halbes Glas. Mensch. Die nächste Zeile irgendwie. Kathi Weber trinkt, trinkt, trinkt. Ich habe sogar zwischendurch schon Wasser getrunken. Ja, also Kathi, ganz im Ernst. Also, die Lives sind ja wohl noch unsere einzigen Events, die wir haben. Das ist ja quasi wie der Barersatz. Es wäre ja schlimm, wenn man nichts mehr trinken dürfte in einem Live. Vor allem das Highlight des Tages. Ich bin mal mit anderen Menschen. Ich tausche mich auf. So, Harmonie. Danke. Hier um Harmonie ging. Dieses Angst vor Konflikten haben. Ja. 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 Oh Gott, da hat jemand irgendwie eine Verurteilung. Oder ich mache irgendwas falsch. Und wie auch immer, was du gerade denkst. Und dieses Harmonie-Ding, kannst du dich auch mal fragen, wo das herkommt. Weil, was heißt, ich habe so ein Harmonie-Bedürfnis? Ein Harmonie-Bedürfnis hat eigentlich jeder Mensch. Natürlich, nur du hast ja auch eigene Grenzen. Was viele von uns nicht erfahren haben, ist, Grenzen kennenzulernen und die auch zu kommunizieren. Nur weil ich Harmonie brauche, muss ich nicht alles mir gefallen lassen. Und nur weil ich Harmonie will, kann ich trotzdem nachfragen, was willst du mir eigentlich gerade sagen. Ja. Werde ich aber hier. Das ist richtig. Das war jetzt aber das Wort zum Sonntag-Party. Ich darf es dir. Ich darf es dir. Ja, du, wir haben jetzt auch schon echt eine Stunde, fünf Minuten hier geknüppelt, ne? Mit Make-up und mit Günther und mit deinen Cocktails und so. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte dir überhaupt irgendwas beibringen. Ich habe noch eine Frage, Miriam, weil das lässt mir keine Ruhe. Ich habe Pinsel Nummer sieben und den haben wir nicht eingesetzt. Und ich liebe diesen Pinsel. Warum haben wir den nicht eingesetzt? Weil den Pinsel Nummer sieben, den liebe ich tatsächlich auch sehr. Du liebst ja eh alle Pinsel von dir. Also das ist ja... Ja, das ist ja klar. Aber hier, das ist der Pinsel Nummer sieben und das ist auch ein Pinsel, den eigentlich jeder zu Hause haben muss. So. Jetzt guckt genau aus dem Modell hier ein Pinsel heraus. Ja, das ist professionell, würde ich sagen. Alle unsere Pinsel werden handgemacht, ne? Da wird jedes Haar auf eine kleine Waage gelegt, ja, aufgemessen, wie viel. Würdest du mich verarschen? Jedes Härchen wird auf eine Waage gelegt, gemessen, dass es genau viel Gleichgewicht ist, wird alles mit der Hand gefertigt. Also da steckt so viel Liebe drin. Ich glaube, ich gehe ab morgen nochmal anders mit meinen Pinseln um. Ja, bitte. Und regelmäßig auswaschen. Einmal in der Woche. Hab ich extra... Also den würdest du jetzt nehmen, um zum Beispiel so softe Farben auf dem Auge auszuschalten, schattieren. Den benutze ich ja nicht. Ich mache ja nur genau das, was wir gemacht haben. Ich benutze da keine Farben. Du kannst den auch für Concealer benutzen, den nimmst aber auch nicht. Nee. Also hab ich den schönen Pinsel, jetzt muss ich irgendwas damit machen. Ja, also du kannst aber tatsächlich auch, damit die Mascara nicht so ausläuft, ne? Aha. Kannst du zum Beispiel jetzt auch einfach einen Puder nehmen und diesen Pinsel und das Puder einmal hier auftragen und einmal unter dem Auge. Dann kriegst du nämlich nicht so Panda-Augen. Aha. Und ist das Glitzer denn dann weg? Ich habe mir doch extra mein Glow da oben drauf gemacht. Ja, das ist dann ein bisschen weg, aber der Glow, also dieses Glanzzeug, ne? Das ist auch eher wirklich, dass es dadurch mehr schmiert als wegmacht. Ja, das weiß ich. Deswegen ist halt, wenn ihr sagt, boah, mir klebt immer oben und unten die Mascara, ist es total ratsam mit so einem Pinsel einmal ein bisschen Puder aufzutragen. Aber ich habe euch ja vorhin schon gezeigt, deswegen, das liegt mir jetzt nämlich auch noch auf dem Herzen, weil so viele gefragt haben, was sind denn jetzt hier diese Must-Have-Pinsel? Ja. Also tatsächlich habe ich euch ja gesagt, diesen hat ja den benutzt, aber jetzt gerade habe ich ein Set erstellt aus diesen beiden Pinseln. Und das sind so, finde ich, meine, also das ist wirklich mein Lieblingseinsteiger-Set gerade. Weil damit könnt ihr Make-up, Concealer auftragen, Contouring, Creme Blush. Ihr könnt mit diesem Pinsel mehr oder weniger alles machen, selbst die Wände streichen. Welcher ist das denn? Das ist 11. 11. Ach was. Ja, 11 ist einer meiner Lieblinge. Und ihr kriegt nämlich, wenn ihr so ein Set kauft, kriegt ihr 15% Nachlast da drauf tatsächlich. Die sind also dann immer automatisch reduziert. Welches ist denn das? Die 11 und was noch? Und 9. 9 habe ich genommen. Ich muss gucken, ob ich das auch habe, Miriam. Ja, also 9 nehme ich dann zum Beispiel, um Concealer zu verteilen. Den 9 habe ich nicht. Highlight? Was, Kathi? Den 9er hast du nicht? Doch, doch. Habe ich. Den sieht nur anders aus bei dir. Also ich wollte auch Katze sagen, ich glaube, du hast alle Pinsel vor dem. So, und dann kann ich hier zum Beispiel auch das Puder über das Auge auftragen. Also mit denen können wir... Miriam muss immer ganz genau aufpassen. Ich mache ständig so Bewegungen. Ja, das ist aber so schön. Das ist so angegeben für die Haut. Und ja, also tatsächlich, das sind so meine Einsteiger-Masterpinsel. Falls ihr noch gar keine habt und sagt, ihr wollt jetzt mal einen schönen Pinsel haben, dann wäre das der Einstieg. Und übrigens bei JacksBeautyline könnt ihr natürlich auch noch jede Menge andere richtig ernstzunehmende Tutorials sehen. Ich glaube, es gab sehr viele Tipps heute in jeglicher Hinsicht. Ich glaube auch. Also ich denke auch. Ich bin auf jeden Fall jetzt safe. Ich habe jetzt kontrolliert, dass ich auch alle Pinsel habe. Ich brauche noch den Lippenpinsel, wobei ich den wahrscheinlich nie benutzen werde. Aber zum Ausmalen hier in den Lippen... Ja, wahrscheinlich. Das Ding ist ja immer, wenn ich dann deine Pinsel habe, dann benutze ich sie ja eben doch. Ich hätte mir doch im Leben... Leute, ich hätte mir doch im Leben nicht all diese Pinsel besorgt. Wer braucht die denn? Und dann brauche ich sie doch nicht. Das braucht kein Mensch. Also ihr könnt dann zum Beispiel auch den Lippenpinsel danach luftdicht schließen und wenn du dann am Set bist, machst du einfach nur noch einmal zack, zack, zack und dann hast du aufgefrischt. Das macht ja meine Maskenbildnerin. Ja, aber darfst du in Corona-Zeiten von der Maskenbildnerin einen Pinsel nutzen? Nein. So, ich speichere das live auf jeden Fall. Und was ich jetzt auch gerne noch sagen möchte, weil wir ja eben auch über dieses Bestrafen gesprochen haben und so weiter. Wer da tiefer eintauchen möchte, es gibt gerade, biete ich an, mein Gratis-Live-Webinar. Ich glaube, du warst letztes Jahr an dem Donnerstag-Termin, warst du dabei? Ja. Wo ich mit Wunderkerzen fast das Büro abgefackelt habe. Ja, ich erinnere mich. Also, es ist ein Gratis-Live-Webinar zum Thema Konsequenz statt Konsequenzen, konsequente Elternschaft ohne Bestrafung und es ist tatsächlich mein Auftakt-Webinar. Es gibt eine Menge Impulse und dann feiern wir die zweite Runde meines großen Online-Kurses und ich werde wieder so mega abfeilen. Wie gesagt, letztes Jahr habe ich fast das Büro mit Wunderkerzen in Schlamm gesetzt. Mal gucken, was dieses Jahr passiert. Da hast du was Neues überlegt. Ja, weil ich den Kurs ein bisschen aufgepeppt habe und auch alle alten Leute, die schon den Kurs gemacht haben, sind herzlich eingeladen, weil es gibt auch eine Überraschung für die alten Leute. Wow, für die alten Leute. Okay. Also über 60. Nein, die alten Kursleute. Okay, so, die schon... I know, I know. Nach müde kommt blöd, oder wie heißt das? Ja, das war ja mein Problem. Du behauptest, ich hätte zu viel getrunken, wenn du wüsstest, wie viel ich sonst trinke. Das war harmlos. Ich bin einfach nur müde. Ja, okay. Sehr schön. Vielen Dank. Kathi, ich muss einfach nochmal sagen, vielen Dank für die Präsentation der Pinsel. Du kannst es einfach am besten von allen Menschen auf dieser Planeten. Selbstverständlich. Ich wollte dich auch noch fragen, ob du für uns so als Brand Ambassador da vielleicht probieren würdest. Was ist das denn? Würdest du wunderbar auf unsere Seite passen, dass du einfach immer so diesen Pinselstrich so perfekt machst. Würdest du mich jetzt verarschen? Ich mache alles für dich, Miriam. Ach, schön. Schön. Ja, also die Frage ist, ob ich das so gut kann. Also ich freue mich, wenn ihr mir auch folgt, wenn ihr noch weitere Make-up-Videos folgt. Also bei Miri wirklich. Ich habe bei Miri schon ganz viele Tipps mir geholt in der Story, in den IGTVs und so weiter. Das ist auch so eine Raupe nimmer satt. Also wer sich für Beauty interessiert bei Miri, wer sich für GFK interessiert, kommt zu mir. Und wer beides will, geht einfach zu uns beiden. Genau. Und wir können das ja auch nochmal wiederholen. Das hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Das machen wir. Auf jeden Fall mir auch. Ich trinke jetzt alleine weiter. Du willst ja nicht mehr? Ich gehe schlafen. Ich gehe auch schlafen. Wir gucken gerade eine sehr geile Serie. Welche denn? Your Honor heißt die. Notiere ich im Moment. Mega krass spannend. Und ich spanne auch nicht. Ich schlafe nicht. Ich schlafe nicht. Mega spannend. Nee, obwohl nicht spannend im Sinne von scary so erschrecken, sondern einfach sehr spannend von guter Story. Ach so. Ja, wirklich ist es sehr, sehr, sehr gut. Aber ich schlafe immer nur 10 Minuten und dann schlafe ich ein. Ach nee, vom Fernseher schlafe ich nicht ein, weil das ist so meine Erziehung. Wer A sagt, muss auch B sagen. Du guckst zu Ende. Haha, geil. Wir gucken Suits tatsächlich wieder. Ah nee, das würde mein Mann niemals mit mir gucken. Weißt du, warum mein Mann das mitguckt? Weil ich ihm währenddessen kraule. Er fragt immer schon, ob wir wieder Suits gucken, weil er will nicht die Serie gucken. Er will einfach nur, dass ich ihn kraule. Ach, würde ich auch kraulst du dir? Das mag er halt so gerne. Und du bestehst ihn oder würdest du ihn bei einer anderen Serie auch kraulen? Würde ich auch machen, aber das sage ich ihm nicht. Vielleicht muss ich mir solche Sachen überlegen, weil mein Mann guckt nämlich nicht so ganz viele Sachen mit mir sehr gerne. Also so ein bisschen Nähe und Zuneigung und so kommt manchmal ganz gut. Schön. Schön, ja. Ich probiere das mal. Ja, du sagst Bescheid. Liebe Kathi, es war ganz, ganz toll. Ich fall jetzt tot ins Bett. Schön, dass wir das alles noch gemacht haben. Vielen Dank. Weil mein Tag noch etwas versüßt wird. Also hau rein. Schlaf gut. Gute Besserung. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gerne. Tschüss, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Ich komme nicht raus, Kathi. Wieso nicht? Bei mir ist mein Screen eingefahren. Ach so. Ich wollte mich noch kurz verabschieden. Du kannst auch einfach gehen, wenn du willst. Ich muss leider drin bleiben so lange. Ich komme nicht raus. Komplett eingefahren. Wie geil. Genau. Das war unser Mädelsabend. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und Frida verabschiedet sich auch, meine liebe Freundin. Frida ist ja auch im aktuellen Podcast gerade zu hören in Folge 50. Da gibt es einen Haufen GFK Zauber Momente. Und genau. Morgen geht es dann hier weiter wieder mit GFK mit Kadi selbstverständlich. Und natürlich in meinem neuen Look. Also gute Nacht. Schlaf gut, ihr Lieben. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Tschü tschü und veganen Lippenstift, haben wir verstanden. Tschü tschü. Tschü tschü. Tschü tschü. Tschü tschü tschü.